Sie haben gestern noch versucht, in einem Vier-Augen-Gespräch Ihren Flüchtlingsstreit beizulegen. Vergeblich. Und der Rückhalt für Merkel schwindet und schwindet. In der Bundestagsfraktion kam es gestern Nachmittag sogar zum offenen Aufstand. Worum es geht, wie die Union tobt, warum die Kanzlerin so stur ist und vieles mehr zum Zoff lesen Sie mit Bild+.